Woi! Alles klar! Was darf ich da mit den Damen hier ein bisschen... ...hier aktiv sein? Finde ich gut, finde ich gut. Jetzt muss ich nur kurz meine Materie checken. So viel Zeit muss sein. Passt. Nicht ganz. Äh, Knut, Frost. Da fehlt ein Wind. Bei Eris versuche ich jedes Element reinzuhauen. Also nicht wundern. Gut, jetzt bereit. Was ja auch immer Stress ist. Wir werden uns drum kümmern. Und grüne Jokobos. Ach so, und die. Ach, das ist lieb, danke. Im Reaktor herrscht das reinste Chaos. Ihr werdet sie brauchen. Passt bitte auf euch auf. Irgendwas baut sich da zusammen. Ich habe es im Gefühl. Und ich täusche mich nie. Das wird schon, ganz sicher, versprochen. Let's go. Yeah, wir werden's grüne Jokobos. Bald Jokobos können durch Sprünge von Pilz zu Pilz große Distanz überbrücken und sind zudem in der Lage, Rankengewächse herunterzurutschen. Bei Pilzen, der in Größe für einen Sprung ausreicht, wird das Ding wohl Schokobo angezeigt. Nutzen Sie, um schnell zum Reaktor zu gelangen. Okidoki. Gar nicht mehr zum Reaktor. Mit Pilzen. Wiii. Ach, du Heidewitzka. Ja, das war ein Sprung. Oh, noch einer. Irgendwie macht das Spaß. Und ja, die ganzen Items suchen und so mal später. Was hier rumliegt. Und da es hier ein Urwald ist mit einem kleinen Labyrinth hier, werde ich euch das vorspulen. Das habe ich schon mal überlegt. Und während ich hier Cut gespielt habe, habe ich überlegt, soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Und jetzt habe ich es endlich entschieden. Jupp, ich zeige euch den ganzen Urwald. Das wird ein Spaß. Wiii. Und der Fluss Schokobo kann auch ein bisschen, äh, Fluss, ja, Wald Schokobo kann auch ein bisschen schwimmen. Und jetzt war dahin. Öp. Oh nein, im Wasser geht nicht schneller. Oh, da wären wir. Ah, Hallöchen. Was macht ihr denn hier? Ein Haufen Kartisten von Shinra. Ja, boll, was habe ich was vor? Wupsi. Alle Haufen. Der hat die Kartisten gestellt. Ja, zieh durch. Ja, zieh durch. Wer will win, wer will mag. Wer hat der Rat der Rat der Tat. Ah, kein großes Problem. Ne Klettertour. Im Mako-araktor von Gongaka kannst du die Seidpistole verwenden, nur dort anscheinend. So ein geeignet Ort für die Seilpistole, mit der geeignet Ort wird angezeigt durch die herunterhängenden Lianen da oben. Mit E2 kann man sich hochziehen, alles klar. Du ja, wir suchen unsere Hauptgruppe, hat jemand gesehen? Kann ich nicht nur hoch? Ja, es wird angezeigt hier. Ich bin da hoch. Danke. Kiste! Ah, 10 hochwertige Ungeheueraut, nehme ich sehr gerne mit. Yippie! Gibt es hier irgendwo eine Abkürzung, außer hier, wo eine Kiste ist? Ich denke mal nicht. Also wenn ich falsch gehe, sagt mir, wir spielen meistens das E. Schnell hier durch! Hopp! Wir sind schon unterwegs, bitte. Alter, alle durch! Wo kommt die ganzen Gegner her? Ich hab euch schon sehr lieb! Ja, die wollen alle noch Stress haben! Viel Erfolg! Ich lege los! Nichts! 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 Ach stimmt, das war der Raum für die Kiste! Wir sind schon unterwegs! Wir sind schon unterwegs, unterwegs! Nur kein Stress hier! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht, ob es hier mehrere Orte gibt, wo ich die Seilpistole verwenden kann für Kisten und so. Da werde ich später... Lass mich schwimmen! Vergiss es! Müssen wir? Nicht mit unseren Seilpistolen! Ja? Ich frage es nur, wo? Ich schau mal! Wartet! Also was hier irgendwas Kist-mäßig ist, ist, welche Obstgenöp ist und suchen. Hm, ich dachte hier, weil da war vor allem nix, aber nee. Also wenn die ja da die Seilpistolen, äh, sag jetzt mal, besprechen, sind die eh bloß ich noch zu gebrauchen, aber ich finde noch keinen Ort. Ich würde sagen, ich schwimme hier mal ein bisschen rum. Plupp! Schwimm doch her, schwimm und her. Häpp! Häpp! Ah ja, hier! Äh, wo genau? Wo genau? Wo genau? Da! Yep! Sag mal! Oder war es das hier? Nee! Ah! Da oben! Wow! Nicht so viel auf einmal, bitte! Haha! Du heilige! Ähm! Ich nehme mal den da! Hallo, Gegner! Habt ihr mich schon vermischt? Ich hoffe nicht allzu sehr. Ja! 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 Zack! Zack! Ja, das war schon der Konter! Das war schon der Konter! ich glaube nicht da hinten war es hochziehen also bei so vielen sachen zum hochziehen fragt man sich schon wo muss ich hier ob es lang gut verständlich ich weiß es nämlich selber gerade nicht ich glaube dahin muss ich am ende da hinten von hier aus geht das nicht hier ah ja das ist besser also die selbistole ist hier ein bisschen besser zum ersten teil die war nur gerade nach oben hier sie ja wir fliegen bisschen herum machen unser ding die gegner könnte bitte ein bisschen ein bisschen zaubern du versteinerst mich nicht bitte ein geld das wäre sehr nett hier ist wieder zum einstecken da oben wo ist die frage wo ist die andere seite hier in die hand nehmen dankeschön und rein was das kabel ist nicht lang genug ich denke mal ich muss irgendwie nach oben und das ran schieben auf jeden fall ist eine kiste 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 ein saphir schön ich würde mal sagen einen weg nach oben suchen um das ein bisschen zu schieben alles kaputt schlagen frische auf der brücke was macht ihr wenn du sagst juffi hier richtig ich weiß es nicht warte kam mir mal das sieht gut aus das hier mal ein bisschen schieben nur ein bisschen schieb schieb das sollte reichen jetzt muss ich irgendwie wieder einen weg nach unten finden ich würde sagen hier so jetzt aber rein damit und Tür ist offen und wenn ich schon mal einen Hüpfschrauber höre würde ich sagen einen Trank bitte das reicht aber ich will doch hoch Moment jetzt geht's Hallo habt ihr uns vermisst? ich hoffe nicht allzu sehr hinterher meine Flammen Ninjutsu Leute hier die mit ich warte es auch auch es wir haben sagt er sagt die uf ist nix gebrauchen die haut rein und war sehr schnell ich denke damit danke 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 Epp, Hallöchen. Sehr wild rohne hier. Ah, Ninja packt mit allen aus hier. Ah, einmal bitte Blitz. Ah, dann halt Licht. Ah, ich habe was für euch. Blitzel. Ja, alles muss erlegen. So, wo Gesang? Danke, Gesang. Juhu. Also wir sind ganz schön weiter Weg hierher. Ich dachte, das wäre ein bisschen kürzer. Äh, wieso? Ach so. Ja, ja, gut. Ich habe es nicht geteckt, dass der Weg ist. Ähm, hier geht es nicht runter. Hm. Ah. Tag ist lang, denke ich mal. Ja, da hinten. Da, da. Ja, mein Musikhintergrund. Im Original war die in Goldsauce, in Battlesquare, wenn ihr gerade hört. Und da sagt, dass die hier ist. Okay, nicht nur dort, die war auch nur woanders, aber... Auf schnelle weiß ich jetzt nicht mehr wo. Zu meinen, äh, Leid. Wie kann ich nur? Oh, Gegner. Kommt alle her. Ich habe es ruhig. Nennt sich ein bisschen Magie. Außer dem, schön viel Schaden. Also, Jufi ist gegen Maskengegner richtig gut. Oh, du. Du bleibst auch nicht verschont. Alle. Hopp. So, Eris, du brauchst mal bitte eine Heilung, bitteschön. Ups. So, jetzt habe ich es. Okay, noch einer. Dankeschön. Obwohl, hier wäre eine Bank gewesen. Ach, egal. Egal. Aber bitte hinsetzen. Und wenn ich schon mal dabei bin. Ups. Einmal Waffenpunkte. Ganz schnell. Ein. Nein. Äh, nee. Bin ich der Fan von. Ero-Binz bin ich auch nicht der Fan von. Synthese mit Barrett. MP-Haus ist immer gut. Waffenfertigkeiten plus. Äh, guck, keine BP mehr. An Eris. Hm. Das ist nicht schlecht. Mehr Heilung. Heilung ist immer gut. Und dann gut die Juffe. Synchro Schaden plus. Das ist eigentlich mal nett. Mehr Schaden auf Teile, Gegner. Ah, Zursturz. Klaut und Juffe. Alles klar. Dann passt das. Alle. Hopp. Wir werden hier abgeballert. Nichts ja nett. Auui. Die Kuh kann nicht. Klaut. Alles okay? Wir sind besser. danke haben wir gestört ich bin an einem ok let's go ich habe keine scan dabei skala skammes ich muss sagen der blitzschwäche es ist ein roboter wie ihr mit einem haushaltsroboter ja ich habe es nämlich gewittert möge der spaß beginnen jetzt wird reingehauen aber bitte habe ich regina nein habe ich nicht gut skala du kriegst es mit und so dumm da 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 we ja ich sehe schon die ist ein bisschen steck kriegt die gute ein bisschen sehr so eres du darfst mal ja die haut ganz schön rein oder müssen wir auch passen hier gut skala möge der spaß weg gellern wo dreht sich aber ziemlich warte ich habe eine bessere idee bitteschön heilige magie kreis jetzt heißt es doppel magie time gut das wird es hier tun die kann ich nur ne ich denke mal dieses herbekommen wie nach der zeit sonst wäre es zu einfach Achtung wiii die dreht sich auch ziemlich und tschüssi das sollte jetzt ein bisschen mehr reinhauen wie ich seht die hp leistet ging jetzt ein bisschen runter der sieht ja gar nix aus ohne ihre dinger ah Scarlett der spaß beginnt und boom ab 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 das sollte jetzt ein bisschen wehtun ab ab boom oder mal zack aber wie kann ich nur frech sein ne das geht doch gar nicht ein bisschen da ist er als ich neue waffen holt das ist eine meiner lieblingswaffen tja ich würde sagen alle deine waffen sind eine lieblingswaffen oder da das knack weg da nochmal ok man kann es blocken wenigstens das ist gut so ich hab was für dich die gute dame die göttliche strafe ab ja ach ja wo ich warte grad mit dem mit ein bisschen ich will das jetzt nicht verhausten hier so einmal bitte blitz auf die knacken können und dann Blitzel hallo auf die schrott da hab ich grad gesehen Scheint, dass die Musik wieder da ist. Da war meins. Wow, hier wird gebohrt. Es hat die Bohrmaschinen rausgeholt. Ich kann ja nur, ich bin ja wirklich zum Bohren da. Ah, Panzerschuhe. Achtung! Oh, Tiffa, jetzt darfst du mal. Delfinschlag! Das sollte weh tun. Einmal bitte Blitz. Und langsam auf die MP aufpassen, wenn du guten Eres. Achtung, weg da. Autsch, war zu spät. Aua, aua. Lass doch die gute Ere in Ruhe. Das gibt Stress. Habe ich Engel dabei? Nicht bei Yufi. Da, 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 da. Wieder ein Völksrank. Hey, steh wieder auf! Ja, wir brauchen dich! Ja, wir brauchen dich! Ja, wir brauchen dich! Das war knapp. Ah, Yufi, du darfst auch mal! Warte, das war hier. Ja, warte, ich warte, bis die wieder ruhig sind. Autsch! Zackte er und wird hier auseinander genommen. Autsch! Upsa! Ja! Ja! Wo sind die beiden? Ich glaub die haben sie verzogen. Erstmal bitte heilen. Viel Erfolg! Ich geh weiter! Ach, schnell, dass wir da bist. Boah, nicht? Nein! Flieg! Los geht's! Also die erste Phase war okay, aber die hier, die ist hui! Schwierig. Ich knallt grad die Bill-Leiste schon auf hier. Ich brauch nämlich was. Wie ist das? Ganz, ganz schnell bitte, Iris. Danke. Einmal Segensplaneten. Ja! Das physische Angriff ist jetzt komplett wirkungslos. Eine Zeit lang. Was ich haben wollte ist, die Fertigkeit, Gebet, hab ich die rausgenommen. Oh, ich hab die rausgenommen. Wie kann ich nur? Ach, das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Gut, Yufi. Jetzt geht's sehr gut an den Hals. Oder an den Ärmchen. Ah, das wird etwa weh tun. Das wird gar nichts machen, die gute Dame. Jetzt bist du dran! Es ist schön, unverhoogbar zu sein. Halt doch schon mal gesagt. Ach, Blitz! Oh, Panzerschuhe, nochmal eins. Kapit! War schon alles? Ah, ich warte mal ein bisschen. Jetzt kommt's wieder aus Helfer. Ja, gut. Komm her! Ja! Ja! Wopi! Ich lacht. Aber hört mal nicht mehr zu lachen. Wenn's weiter. Am ist nämlich weit weg. Oh, nicht viel lange. Oh, mein Unvermuntbarkeitsweg. Ach, schade. Ich dachte, die dauert ein bisschen länger. Ja, er passt schon. Ja, er passt schon. Er drückt! Erst was aus Schandliegen. Ah! Jetzt! Keine Spiele mehr! Stiffer braucht mal eine Leilung. Eine kleine bitte. Das wird wehtun! Das wird wehtun! Das soll ich dir helfen! Nimm das! Warte, die Maschine. Das ist wirklich drauf her! Das wird wehtun! Lass uns los! Achtung! Ah, jetzt kommt das wieder. Warte, 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 warte. Hier! Plitz! 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 Ah komm du her! The Panz issue! Let's go! Jetzt bist du dran! Alle! Hopp! Ah! Es geht weiter, weiter! Bohm! Was soll das denn wieder? Und gehört so gut wie wir. Räumt weiter. Schluss mit den Männchen. Das war knapp. Ich glaube nicht, dass das reichen wird, dieser Bagger. Aber was sollst du ruhig machen? Ach, erstmal heilen hier. Ich versuche den mal herzukriegen. Nicht mit mehr. Wo ist er? Ja. Tja, tut mir leid. Wow. Wiem. Tja, tut mir leid. Geh, geh, geh. Geh. Geh, geh, geh. Fass rein in den Tag, was? Okay. 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 Cloud! Hör auf damit! Es ist genug. Sie will dich täuschen, Cloud. Sie hat keine Narbe. Du hast keine Narbe. Kann sie wirklich tiefer sein? Kann sie nicht tiefer sein. Die Narbe? Schon wieder? Du hast sie doch gesehen. Du lügst. Nein! Sieh doch! Um das zu bekommen, was sie will, kann Genova viele Gestalten annehmen. Das weiß ich. Cloud! Oh Gott! Mich täuscht du nicht. ... ... Das war's für heute. Wie will ich sagen, Aglau ist gerade sehr gruselig. Oh, hi. Ähm, nicht gut. Tiefer? Was zur Hölle?